Dann habe ich noch eine ganz andere Frage, und zwar zum FC St. Gallen. Du bist auch ein Fan, oder? Ja, sehr ein grosser Fan, ja. Auch verfolgt, was da gestern passiert? Ja, es war verrückt, aber ich glaube, es ist eine gute Sache. Hoffentlich kommt es bald wieder aufwärts mit dem FC St. Gallen. Hast du auch schon Kontakt mit dem Hippi persönlich, also vom Sport? Ja, vom Sport her, aber ich habe mich noch gar nicht angefragt als Sportchef. Also noch nicht. Aber was hältst du so grundsätzlich? Ja, ich kenne ihn zu wenig. Ich kenne ihn natürlich auch vom Fernsehen und als Moderator. Aber ich glaube, er ist sicherlich ein Mann mit hoher Fachkenntnis. Und ich glaube, er hat das Herz am richtigen Fleck. Und darum wird er seine Sache sicher gut machen. Du bist auch jetzt noch regelmässig einmal an dem Match vom St. Gallen? Ja, jetzt bin ich auch relativ wenig gewesen. Ich war immer, wenn sie in Zürich gespielt haben. Aber jetzt in der Zeit, in der wir natürlich auch sehr so haben, ist es immer schwierig, an den Match zu gehen. Größer Tag kann ein ganzes Sonntag sein,